Der Klimawandel ist Realität. Er ist von der Wissenschaft auch längst bewiesen. Es gibt eigentlich keinen Zweifel mehr daran, dass die wesentliche Ursache der Klimaveränderungen, die Treibungsgase sind, die durch menschliche Aktivitäten freigesetzt werden. Der WWF hat heute hier vor dem Bundeskanzleramt ein Eisdenkmal gemeinsam mit oberösterreichischen Eiskünstlern errichtet, um die Regierung daran zu erinnern, dass sie die Verantwortung für langfristige Klima- und Energieziele haben. Wir werden dieses Kunstwerk hier den ganzen Tag zu bewundern haben. Wir werden am Abend um 18 Uhr auch noch eine Beleuchtung dieses Kunstwerkes vornehmen und laden alle Wienerinnen und Wiener ganz herzlich ein, sich hier dieses einzigartige Kunstwerk anzusehen.